Hier unten war das ehemalige Tor zur Farmwelt. Die ist aber leider nicht mehr da. Aber hier sind trotzdem NPCs, also andere Leute, die Questen und so geben. Man kriegt echt gute Belohnungen. Die stehen hier überall rum. Interessant. Auch manchmal zum Zeitvertreib. Heißt quasi einfach mit denen reden und dann kriegt man diese Aufgabe, oder? Genau. Was ist denn mit der da unten los? Die hat mich grad die ganze Zeit so komisch angeguckt. Das ist das Gasthaus, eins der Gasthäuser hier. Sie meint ihr da drin? Äh, ja. Die verkauft Essen würde ich aber nicht raten, es ist viel zu teuer. Da kriegt man bei den Automaten von den anderen. Viel günstiger und mehr. Okay. Ne, hier geh ich wieder raus. Hier drin steht auch einer mit Questen und so. Hier vorne wär eine Fischerhütte von Sonja. Wer ist das? Auch eine Drakonier. Ähm, Drakonier. Die Plekki. Okay. Also gibt's noch mehr von der Sorte? Hm, aber nicht viele. Wie Plekki es mir erzählt hat. Okay. Ja, ich lass mich überraschen. Ja. Hier stehen auch leere Häuser, müssten sie mal anfragen, ob sie da eins bekommen. Wie teuer ist so ein leeres Haus etwa? Pff, das machen die selber aus. Sie für ihren Haus verlangen. Minimum etwa? Uff, das kann ich ihnen nicht sagen. Am sieben Haus? Ja, das zeig ich dann auch. Da ist auch meine Praxis. Wie viel hat das gekostet? Nicht viel. Ich musste nur den Arbeiter bezahlen, weil da das Rest von der Stadt gespondert wird. Weil die Praxis da drin ist. Entschuld. Ja. Und hier wär der Strand eigentlich an sich. Hm. Könnte schöner sein. Hier vorne hätten wir ein paar. Der auch erst neu ist. Achso, naja was neu. Der steht auch schon ein paar Tage am Jungen. Der sieht auf jeden Fall schön aus. Und da hat irgendein ein Herzchen gebaut. Okay. Hier passt ihr ein Apo zu. Hi. Hallo. Hi Matthias. Sind sie neu? Ja, ich bin heute hier aufgetaucht in der Stadt. Ah. Herzlich willkommen. Danke. Mein Name ist im übrigen Aik. Ja, mein Name ist Matthias. Und ich bin Sissi. Hallo. So. Dann wollen wir noch weiter. Ja. Hier vorne, wie man das sieht. Gut, man sieht das eigentlich durch den Anhieb, aber das ist das Gerichtsgebäude. Nichts sehr schön gebaut. Äh. Ja, Snow ist etwas seltsam, wenn man das vom Schiss so nimmt. Hätte er, glaube ich, lieber von jemand anderem bauen sollen lassen. D-Dark. Aber D-Dark ist derzeit im Urlaub. Der genießt das mal seine Zeit. Von dem krieg ich noch kostenlos ein Haus. Ich dachte, ich... Er hat mir was eingebracht, deswegen. Ich dachte, sie haben ein Haus. Was? Ja, nein. Ähm. Erzähl ich dann später. Weshalb. O-Okay. Da gibt's ne Story von gestern. Hier vorne hätten wir das Gasthaus von Plaggy. Wenn man sich ne Zimmer oder so mieten will. Ja. Wer ist denn Tamius? Tamius ist der Freund. Blacky hat nen Freund? Ja. War die in Society nicht mit Trace zusammen? Ich weiß es nicht genau, aber ich denk schon. Hm. Können Sie noch mal fragen? Das werde ich machen, wenn ich so sehe. Okay. Hier vorne sind auch Essensautomaten und so. Es gibt ab und zu mal Essensmangel, da der Bauernhof nicht regelmäßig liefern kann. Derzeit hat sich auch umgebaut, deswegen dauert es noch mal ein Stück. Ah, also in Society, selbst wenn da der Bauernhof umgebaut wurde, gab es immer Essen bei mir. Hm. Essensversorgungsmangel. Na hoffentlich legt sich das dann bald, wenn das fertig ist. Was ist eigentlich mit diesen Weizenfeldern vor der Stadt da hinten oder da hinten oder da hinten, keine Ahnung wo die waren. Die werden anscheinend nicht benutzt. Okay, da habe ich mir jetzt erstmal nämlich Essen geholt. Ich war nämlich am Verhungern. Hier ist die Schreinerei von Flint. Ohrmann, Möbeln und so. Für andere Möbeln müsste man ihn direkt fragen. Hier. Hat er nur so ein bisschen Sortiment, was er hat. Lass mich raten, vorwiegend Holz. Ja. Äh, ich geh hier wieder raus, hier sind mir zu viele Geräusche. Geräusche? Achso, meine Katzen, die man hört. Und hier vorne ist der Store, wo die Leute jetzt ihr Zeug hinliefern. Und rein tun. Hier kann jeder Zeug verkaufen? Da muss man aber mit Dark reden. Der macht dann den Preis aus, wie die tägliche Miete ist. Okay. Rucksäcke gibt es derzeit nicht. Elisha hat Probleme, die derzeit oft zu machen. Oder die sind wieder vor. Na, macht man da nicht einfach den Knopf auf? Hm. Muss aber Elisa machen. Ach, okay. Bestimmt den Gedanken. Ja, die junge Frau steht mir im Weg. Entschuldigung. Ah, ich würde mich items selbst machen. Ich liebe das klar. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier vorne wäre die Miene, wo die Ärzte und alles herkommen. Die sieht auf jeden Fall schöner aus als in der Society. Das meiste Zeug, was jemand sieht, hat im Tag alles gebaut. Er hat anscheinend ein Händchen dafür. Ja. Was sie gebaut haben, war auch schon krass. Von der Hafen. Ja, das war halt mein Exil. Da musste ich ja irgendwie gut machen, damit ich mich wohlfühle. Aber hier ist auch jeden Tag entweder ein Problem oder irgendwas los. Es gibt manchmal auch Tage, da ist ruhig, aber ansonsten gibt es öfters was zu tun, was man denken kann. Also wie zu Society. Ja, kann man ungefähr so sagen. Ich bin ein bisschen schneller. Merkt man. Ja, auf meiner Rüstung ist was drauf, dass ich schneller bin. Das sind nicht so Feiglinge sehr schnell im Wegrennen. Oh wow, ich bin Arzt, ich muss nicht kämpfen. Also ein Feigling. Aber wenn man sich das so nimmt und so wie immer meine Rüstung demoliert ist, kann man schon denken, dass ich ganze Zeit kämpfe. Und hier vorne wäre meine Praxis. Hier behandle ich die Leute. Ja, ich habe ein paar Kuscheltiere für die Jüngeren geholt. Auf den Sparschlein. Hier gibt es Kinder? Ne, etwas jüngere Leute. Okay. Die auch Alkohol saufen und ja, ruhig stark haben, habe ich es nicht gefunden. Ich bin erst 18. Ja, gut. Solange es keine alten Opas gibt, die Alkohol trinken und sich an zig verschiedene Frauen ranmachen. Gleichzeitig. Mach auch mal nicht. Weiß ich von nichts. Ähm, die Story wegen dem Haus. Ich werfe ihnen mal was zu. Lese sie einfach das und dann wissen sie warum. Das ist doch ein Ring. Hm. Wie kann man denn ein Ring lesen? Das ist eingraviert. Da drinnen. Ach so. Äh, okay. Erklärt das alles? Da ist jemand verheiratet mit einem Fisch, wenn ich das richtig lese. Nein, ich bin ein Fisch. Ach, die heißt wieder Fisch. Nein, sie heißt Snow. Aber die ist ein bisschen, äh, setz und fröhlich. Okay. Hm. Das ist mir zu hoch. Oh, wow. Hm. Hm. Die Arena haben sie von vorne gesinnt. Ja, ja. Über die Brücke bin ich hier reingekommen in die Stadt. Hier? Drüben? Ja. Sie sind nicht hier in der Innenstadt aufgewacht. Ich bin die ganze Zeit umher gewandert. Ach so. Ja. Nachdem ich damals in der Society den Schlag auf den Kopf gekriegt hab, bin ich ja im Wald aufgewacht und war nur am Wandern und Suchen. Hm. Von der Arena war gestern die Eröffnung und da haben sie einen Bullen, ähm, bekämpft. Der ist dann, der ist leider nicht mehr da. Ein Bullen. Einen großen Bullen. Kriegt man da auch wenigstens etwas, wenn man den da besiegt? Da gab's gestern einen ganzen Goldköln. Der ist sehr viel wert hier. Wollte ich fragen, der ist wahrscheinlich sehr viel wert. Den hatte Chestnut. Das ist so ein Wolf. Wenn man das mal annehmen würde. Gibt's auch Wölfe. Die etwas anders würden. War das nicht der, der bei mir auch da war? Ich glaube. Hm. Denk mal. Ich kann jetzt noch das Forschungslabor von Duncan zeigen. Ja, gerne. Ein Arcana-Forscher. Ein was? Arcana-Forscher. Was ist das denn? Ein Magier. Oh Gott. Wenn ich nur das Wort Magie höre. Mhm. Aber wir werden das hier den ganzen Tag gekotzen. Hier gibt's viele Magiers. Na toll, wo bin ich hier bloß gelandet? Das war meine ehemalige Ghulfestung. Die er aber übernommen hat, da die Ghulen nicht mehr dort sind. War das nicht irgendwie eine Magierschule? Eine Magierschule. Eine Ghulfestung. Zumindest hat mir Blacky das so erzählt. Hm. Es war auch eine Ghulfestung. Da war nicht. Nein, es war auch eine Sprecher. Das war nicht. Das war das�al, wir haben gerne. Ich hab nicht ganz was, du bist. Vielen Dank.